Liebe Sineastinnen und Sineasten, liebe Freunde des, ja, unseres Braunschweiger Internationalen Filmfestes, die gute Nachricht zuerst. Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder auf das Filmfest freuen. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Andreas Lewin und seinem engagierten Team ist es gelungen, eine technische Lösung zu finden, dass wir das Filmfest online besuchen können. Und ich darf Sie herzlich bitten, seien Sie dabei, buchen Sie sich ein. Bedanken darf ich mich auch bei den Sponsoren. Auch in diesem Jahr sind Sie wieder dabei, machen mit, halten uns die Treue bei diesem Filmfest und sorgen für Programmvielfalt und auch dafür, dass wir unsere Preise verleihen können, auch den beliebten Publikumspreis, den Heinrich. Eine herzliche Bitte habe ich an Sie. Bleiben Sie unseren Kinos treu. Neben dem Filmfest, ohne Kinos fehlt uns etwas in unseren kulturellen Einrichtungen. Ich glaube, das merken wir gerade in dieser Zeit, was uns wichtig ist, was das Zusammenleben und das kulturelle Leben auszeichnet. Und im nächsten Jahr dürfen wir uns hoffentlich wieder freuen, uns zu sehen, miteinander auszutauschen, über das, was wir gesehen haben an Filmen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Seien Sie dabei. Wir sehen uns online, etwas indirekt. Und ab 2. November heißt es dann wieder in Braunschweig Film ab. Und bitte Benefiere. Im sehen wir uns beim nächsten Jahr.